So ein Spiel, wie wir es in Altekerk abgeliefert haben, muss man ganz schnell abhaken. Das haben wir mit der Besprechung am Montag auch getan. Wir haben uns vorgenommen, einfach nur das besser zu machen, was wir beeinflussen können. Und das ist unsere tägliche Trainingsarbeit. Wir haben jetzt die Woche über geschuftet, haben uns gut vorbereitet auf das Derby gegen Niederroden und werden alles auf der Platte lassen, um am Wochenende besser zu spielen und dann zwei Punkte aus Niederroden mitnehmen zu können. Am Samstag steht das nächste Auswärtsspiel an, hitziges Derby in Niederroden. Wir freuen uns drauf, wird sicherlich eine geile Partie. Derbys in Niederroden haben immer ihre eigenen Geschichten und wir freuen uns natürlich auch wieder auf tatkräftige Unterstützung vom Blauen Block. Diesmal sponsert die HSB ein Bus für uns, wo die Fans da mitfahren können, der dann an der Otto-Hahn-Schule und an der Dornerhalle vorbeifährt. Die Abwärtszeit wird noch begangen gegeben und wir hoffen, dass dann tatkräftig unterstützt wird, dass wir da ein Feuer entfachen und hoffentlich das Derby mit der Gruppen für uns entscheiden. Die Abwärtszeit wird noch skalabel etwas eingeführt. Die Abwärtszeit wird noch fließiert, wenn wir da ein Feuer in der